Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033 Relax. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument! Also gut, du rote Abschaum! Bitte zu deinem Marx oder sonst wem! Oh, wir werden gebrauchen. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Okay. Okay. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Hm. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hantras Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Dreidiene. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Was ist jetzt los? Warum läuft das jetzt so unglaublich? Sei vorsichtig, da draußen. Es gab ja immer wieder Stellen, die ganz gut laufen und dann wieder nicht. Moment, ganz kurz. Tut mir leid. Noch auf Ultra D. Okay, dann ist alles okay. Achso, ich muss ein bisschen mehr ran. Du solltest das Geschütz bemangen. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Also Leute, viel Glück. Ach ja. Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Okay. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Wir wollten zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Mohn liefern. Die haben ihre Mohnlieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben sie ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! DINICHE! 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 Geeks! 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 Find from Heentown! Heentowns are yours! Oh mein Gott! Es ist ein Panzer! Geeks! 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 Das war's. Das ist durchlöchert hier. Okay. Okay. Das war mega gut. Ich freu mich darüber auf jeden Fall. Aber warum erst jetzt? Ich hab nichts gemacht. Ich wieder Pause drücken. Okay. 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 Vielen Dank.